Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 23. Januar. Gut und wir beginnen am heutigen Montag zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Wochenchart. Wir konnten in der Vorwoche hier am 10er EMA im Wochenchart bei 3920 Punkten ungefähr nach oben abprallen und dann hier erneut Kurs nehmen auf die obere Trendkanalbegrenzung des langfristig fallenden Trendkanals sowie auf den 50er EMA im Wochenchart bei aktuell 4010 Punkten ungefähr. Wir werden sehen, ob wir hier einen nachhaltigen Durchbruch vollziehen können und aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen können, sowie dann den 50er EMA nach oben durchbrechen können. In diesem Fall würde ein Longsignal entstehen, ein neues Ausbruchssignal entstehen. In den Vormonaten ist es hier seit dem Verlaufshoch bei 4818 Punkten dem S&P 500 nicht gelungen, hier aus dem fallenden Trendkanal nachhaltig nach oben auszubrechen. Möglicherweise werden wir also hier erneut im Bereich um den 50er EMA und die obere Trendkanalbegrenzung nach unten abdrehen und dann erneut Kurs nehmen auf den 10er EMA im Wochenchart. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten unter den 10er EMA, unter diese hellblaue Linie, dann würde sich ein weiteres Short-Signal ergeben und dann zunächst ein Rücklauf wahrscheinlich werden, Richtung 3800 Punkte, wo sich eine wichtige Unterstützung befindet. Geht es weiter tiefer, wäre dann der 200er EMA, diese rote Linie hier bei aktuell 3710 Punkten ungefähr, die nächste Anlaufmarke. Gut, und dann machen wir weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Da sind wir seit dem Verlaufshoch bei 15.269 Punkten deutlich nach unten zurückgekommen, haben aber den 10er EMA im Tagesschart bei 14.939 Punkten verteidigen können. Wir sind hier am Donnerstag und Freitag jeweils wieder nach oben abgeprallt, direkt am 10er EMA und am Freitag dann mit einer kleinen bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen und könnten nun vor einem weiteren Hochlauf stehen, nachdem wir nun am Freitag bei 15.033 Punkten aus dem Handel gegangen waren. Am heutigen Montag notieren wir im vorbürstlichen Handel im DAX im Bereich von 15.100 Punkten wieder etwas höher und könnten damit zunächst eine weitere Erholung starten. Sollte es zu einem erneuten Hochlauf kommen, dann könnte ein erneuter Anstieg hier zunächst zum offenen Gap erfolgen und darüber dann zur oberen Trendkanalbegrenzung. Wir werden sehen, ob wir hier nach oben ausbrechen können. Möglicherweise steigen wir auch nur kurz an und drehen dann wieder nach unten ab, um dann den 10er EMA endgültig nach unten zu durchbrechen und dann letztendlich kurz zu nehmen. Auf den Bereich von 14.700 Punkten ungefähr, wo sich im Monatschart noch der Fibonacci-Faker ungefähr befindet, sowie darunter dann auf die ehemalige Widerstandslinie hier um 14.600 Punkte, die nach dem Durchbruch nach oben dann zur Unterstützung gedreht ist. Gut, wir kommen dann zum Monatschart im DAX mit dem hier sehr wichtigen Fibonacci-Faker auf der Unterseite. Der hatte ja zuvor immer wieder hier einen Widerstand gebildet. Wir haben dann hier zwei Monate lang einen Durchbruch nach oben probiert, was nicht gelungen ist. Dann im laufenden Monat Januar konnten wir dann hier nach oben durchbrechen und den Bereich hier um 14.700 Punkte den Widerstand nach oben durchbrechen, damit ein Long-Signal generieren und könnten nun bei möglichen Rückläufen dann, wie gesagt, hier zunächst mittelfristig den Bereich um den Fibonacci-Faker um ungefähr 14.700 Punkte anlaufen. Solange wir uns über 14.700, möglicherweise 14.600 Punkte bei einer Korrektur in der Extension halten können, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen und einem weiteren Anstieg dann über das Verlaufshoch bei 15.269 Punkte. Sollte es also zu einer Korrektur kommen, dann ist zunächst nur mit einem Rückgang Richtung 14.600 bis 14.700 Punkte zu rechnen. Gut und abschließend kommen wir dann zu unseren Markierungslinien für den heutigen Montag. Da befindet sich dann der Short-Bereich zwischen 15.150 und 15.200 Punkten und der Long-Bereich dann unverändert zum Freitag zwischen 14.850 und 14.900 Punkten, etwas unter dem 10er EMA. Gut und damit wären wir dann auch schon wieder durch mit dem Ian G. Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich später noch mit dem Ian G. Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem Ian G. Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg noch im heutigen Trading. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn.